Grafiel. Grafiel ist einer der Engel. Grafiel wird auch geschrieben Gradiel. Grafiel ist ein Engel des Mars-Prinzips. Grafiel hat als Farbe Rot, Blutrot und Tiefrot. Grafiel regiert insbesondere über den Frühling und damit insbesondere den April. Auch der Dienstag wird dem Grafiel zugeordnet, denn Dienstag ist Mardi auf Französisch, also Mars-Tag. Grafiel entspricht damit auch dem Planeten Mangala in der Mythologie, in der Jyotische, also in der indischen Astrologie. Grafiel ist derjenige, der hilft, Veränderungen in die Wege zu leiten. Grafiel gibt Energie und Durchsetzungsvermögen. Grafiel, also das Mars-Prinzip. Grafiel.